Das Hotel S.U.N. Beach liegt in Cala Ferreira in Mallorca. Das Hotel S.U.N. Beach ist beliebt unter den Gästen. 80% empfehlen das Hotel weiter. Neun Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,4 von 6 Sonnen vergeben. Dabei wurde das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsangebote bewertet. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur 9 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Lage und Umgebung. Das Hotel befindet sich in einer guten Lage. Dabei können die Einkaufsmöglichkeiten, Strandnähe, Verkehrsanbindung und Ausgehmöglichkeiten eine Rolle spielen. Durchschnittlich werden 4,6 von 6 Sonnen für den Standort des Hotels vergeben. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,4 von 6 Sonnen. Gastronomie. Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4,2 von 6 Sonnen bewertet. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,1 von 6 Sonnen bedanken. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 3,9 von 6 Sonnen wert. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.